Moin, wir machen heute ein Reaction-Video und zwar habe ich ein Video gesehen auf YouTube und zwar geht es um die Frage Ist ein 5W40 besser als ein 5W30? Und das ist eine Frage, die immer sehr oft diskutiert wird. Ihr kennt das ja von mir, ich bin ja auch sehr Ölaffin und habe da schon einige Videos drüber gemacht, vor allem mit Wagner. Ich habe auch selber schon mit einem Öl-Spielstoff-Spezialisten gesprochen, war in einem Ölwerk drin und so weiter und so fort. Deswegen ein bisschen kann ich euch auch was erzählen und ich wollte dann mal das Video mit euch gemeinsam angucken und dann einmal meinen Senf auch noch dazu geben und dann fangen wir mal an mit dem Ganzen. Dieser Zusammenhang Viskosität und Schutz liefern so dünnere Öle eigentlich dann weniger Schutz oder kann man das so pauschalisieren? Das ist eine sehr gute Frage, ob ein dünneres Öl den gleichen Schutz bieten kann wie ein Öl mit einer höheren Viskosität. Es ist natürlich auch so, dass nicht die Viskosität alleine ausschlaggebend ist für die Schmierung oder für den Verschleischschutz, sondern auch das Additivpaket. Und da hat ja jeder Hersteller eine andere Konzeption, ein anderes Additivpaket, was er sich entwickelt und ausdenkt. Und dementsprechend kann man das nicht pauschal sagen, aber generell hat natürlich ein Öl durch die Viskosität auch eine andere Schmierfähigkeit und Eigenschaften als ein Öl mit niedrigerer Viskosität. Und deswegen, ja, das ist einfach, was ich dazu sagen kann, aber hören wir mal, was er dazu sagt, der Alex. Also grundsätzlich so pauschal kann man das gar nicht sagen, weil man muss tatsächlich da erstmal davon ausgehen, dass Motor und Schmierstoff generell immer als System behandelt werden. Das ist das Wichtigste, was er sagt, dass Motor und Schmierstoff immer eine Kombination ergeben, dass immer die beiden Sachen zusammengehören. Entweder wird der Motor zum Öl entwickelt oder der Öl zum Motormäßig. Ihr versteht, es ist immer eine gemeinsame Entwicklung. Und wenn man dann halt einen Motor hat, der irgendwann auf eine andere Viskositätskasse zugeschrieben wird, weil zum Beispiel die Emotionswerte sich ändern müssen und das Öl durch die andere Viskosität zum Beispiel dafür zu führen kann, dass die Emotionswerte gereduziert werden, dann ist das Öl natürlich etwas anders konzipiert, als der Motor eigentlich das Öl braucht. Und da hat man schon ein kleines Mismatch. Aber das ist wirklich das A und O, dass man halt das Öl zum passenden Motor findet und auch benutzt. Deswegen, ja, sehr wichtiger Punkt. So ein Motor und ein Öl an sich separat voneinander macht halt eigentlich keinen Sinn. Ein Motor, der nicht dafür konzipiert ist, 0W20, 0W16 oder noch niedrigere Viskositäten zu fahren, der wird mit so einem Öl selbstverständlich nicht funktionieren. Dafür ist er aber auch nicht gedacht. Dafür ist das Öl auch nicht gedacht. Wenn aber die Motorkonstruktion im Hinterkopf hatte, dass das Öl, was verwendet werden soll, generell so dünn ist, dann wird das auch hervorragend funktionieren. Die Kombination aus Motorkonstruktion und dem Schmierstoff, der verwendet wird, ist nachher der ausschlaggebende Punkt. Und deswegen auch ein 0W20 kann in einem dafür vorgesehenen Motor oder einem Motor, der 0W20 überbraucht, liefert genau den Schutz, den der Motor dann auch braucht. Ja, das ist der ganz wichtige Punkt, den er nennt. Und zwar, wenn das 0W20 und der Motor darauf eingestimmt sind, dann funktioniert das. Wenn man ja zum Beispiel in den N55 oder N54 oder N52 Motor jetzt 0W20 einfüllt, der von der Konzipierung gar nicht dafür gedacht ist, dann funktioniert das gar nicht richtig. Man geht ja auch davon aus, dass es einen gewissen gewollten oder billigend in Kauf genommenen Verschleiß gibt. Und so wird der Motor designt und so wird auch der Schmierstoff dazu designt, dass das zueinander passt am Ende. Ich lege einen Motor ja auf eine bestimmte Nennlast oder Nennennutzungsdauer aus. Da sagt er was ganz Wichtiges, die Nennennutzungsdauer. Das heißt, einige Motoren werden natürlich konzipiert für sehr viel Laufleistung und einige natürlich für ein bisschen weniger Laufleistung. Das nimmt man schon von Anfang an von der Konzeption in Kauf. Das ist mir so bekannt und von daher ist das auch eine wichtige Frage, welches Öl wird gewählt und wie lange. Dann guckt man natürlich auch, wie gut ist das Öl, wenn der Motor schon von Anfang an eine vordefinierte Laufleistung von ungefähr 150.000 hat. Zum Beispiel, wenn man sagt 150.000 muss er halten, dann wird das Öl dementsprechend so konzipiert, dass der Motor die 150.000 hält. Und solche Vorgaben gibt es und von daher, dann passt auch das 0W20. Funktioniert dieses System aus Motor und Motoröl dann eben so, wie es der Designer, der Entwickler, der Ingenieur sich halt ausgedacht hat? Der Trend entwickelt sich eben zu dünneren Ölen, so 5,30, vielleicht sogar schon 0,30 oder man geht dann so ins SAE 20. Was sind denn so die treibenden Faktoren eigentlich von dieser Entwicklung? Kraftstoffersparnis. Immer schärfere Grenzwerte aus, was die Flotten der großen Autohersteller an Flottenverbrauch generieren dürfen. Und ein Baustein, wie man das erreichen kann, ist eben mit der Viskosität runterzugehen. Weil man halt festgestellt hat, der Reibungswiderstand von einem höher viskosen Öl ist halt tatsächlich ein Energieverlustfaktor. Ja, also ganz normal die Flüssigkeitsreibung, die ein Öl ja auch mit sich bringt. Dann gibt es Bereiche, wenn die Drehzahl niedrig ist, dann hast du halt praktisch Festkörperreibung, also dass die beiden Körperflächen aufeinander reiben. Man kann eben in diesem Tribosystem immer festhalten, je mehr diese Flächen voneinander getrennt werden, desto geringer ist die Reibungszahl. Erstmal, abhängig von der Drehzahl. Wenn die Flächen sich bewegen, steigt der Druck im Öl und es bildet sich halt ein Schmierfilm. Physikalisch liegt es ja daran, dass Öl halt inkompressibel ist und man immer mehr Druck aufbaut, also immer mehr Scherungen erzeugt. Und dadurch heben die beiden Flächen voneinander ab. Interessant wird es bei der Striebeckkurve an dem Punkt, wo ich eine anfangende Trennung von den Reibflächen habe. Wir sprechen dann immer von Mischreibungen. Also die Flächen sind noch nicht komplett getrennt. An den Spitzen von der Rauheit von der Oberfläche gibt es noch Kontakt. Die arbeiten sich gegeneinander ab. Und je schneller ich mich bewege, desto mehr nimmt der Reibungskoeffizient ab. Und irgendwann gibt es einen tiefsten Punkt. Und interessanterweise ist dieser tiefste Punkt im Mischreibungsgebiet, also da, wo die Flächen noch nicht vollständig voneinander getrennt sind. Das heißt, da ist immer noch Verschleiß. Genau in diesem Moment ist immer noch Verschleiß und Materialabtrieb, obwohl die Schmierung und die Reibung dementsprechend am niedrigsten ist. Das ist der Punkt B, den er da zeigt. Da, wo ich noch ein bisschen Kontakt zwischen den Flächen habe, ist die Reibung am geringsten. Da gibt es aber noch Verschleiß, weil die Flächen ja noch nicht voneinander getrennt sind. Und dann kommt danach dieser, der hier mit FLR dargestellt ist, der Flüssigkeitsreibungsbereich. Da heben die Flächen praktisch komplett voneinander ab. Das Öl erzeugt einen kompletten Schmierfilm. Und interessanterweise steigt der Reibungskoeffizient wieder an. Weil die Viskosität ist ja für eine Flüssigkeit eigentlich nichts anderes als der Widerstand gegen Scherung. Also sind quasi die Bindungskräfte innerhalb der Flüssigkeit, werden mit zunehmender Scherrate immer größer. Also so gesehen eine Flüssigkeitsreibung innerhalb der Flüssigkeitserbe. Also hier wird die Flüssigkeitsreibung immer mehr ansteigen, je höher die Viskosität des Öls ist. Und wenn man jetzt Öle sucht, die halt von der Viskosität niedriger sind, um halt Kraftstoff zu sparen, dann muss man sich eher in dem Bereich, ich weiß nicht genau, in dem Bereich aber weiter unten ansiedeln. Und da ist aber natürlich die Gefahr größer, dass der Verschleiß höher ist. Weil hier natürlich der Verschleißschutz auch wieder mit dem Balken, also mit dem Graf halt wieder mehr steigt. Also je weiter oben man ist, desto weniger Verschleiß hat man. Aber hier hat man mehr Verschleiß, aber hier hat man weniger Flüssigkeitsreibung, nenne ich das jetzt mal. Das ist ganz interessant, weil man sagt, dann hast du zwar keinen Verschleiß mehr, weil die Flächen sind voneinander getrennt, aber der Reibungskoeffizient wird größer. Also wieder Energieverlust. Jetzt ist es am Konstrukteur der jeweiligen Maschine zu entscheiden, in welchem Bereich ist der Nennbetriebspunkt von einem Bauteil. Bei Drehzahlvariablen durchläufst du diese Bereiche halt zwangsläufig. Festkörperbereich, viel Verschleiß, dann bist du irgendwann im Mischbereich. Relativ wenig Verschleiß, relativ geringer Reibwert. Und irgendwann bei noch höheren Drehzahlen kommst du dann in diesen Flüssigkeitsbereich, wo dann irgendwann der Widerstand des Öls aber auch entscheidend wird. Das heißt im Umkehrschluss, man möchte da ja eigentlich effizienztechnisch ja gar nicht hinkommen. Das Optimum, nur von der Effizienz gesehen, möchte man ja eigentlich in diesem Grenzbereich haben zwischen Mischreibung und Flüssigkeitsreibung. Genau, wenn man es ganz extrem sieht, ja. Dann kommen wir aber ganz schnell in, wie hoch darf der Verschleiß noch sein. Aber grundsätzlich, um den Verbrauch geringer zu halten, versucht man natürlich den Reibwert so gering wie möglich zu halten und damit wäre man tendenziell eher in diesem Mischreibungsgebiet. Was ich aber sehr schwierig finde in dem ganzen Thema, wo es gerade um den Verbrauch geht, ist, es gibt ja noch wesentliche andere Faktoren, die zur Verbrauchsreduktion hinzufügen. Und zwar zum Beispiel spielt auch der Kraftstoff selber eine Rolle. Also wenn man zum Beispiel die DIN-Norm von dem Kraftstoff selber verbessern würde, das ist auch möglich, den Kraftstoff noch besser zu raffinerieren, als es aktuell ist, so hat man auch nochmal die Möglichkeit Kraftstoff zu sparen. Zum Beispiel, ich habe gerade ein Video vorbereitet und zwar wollte ich mal über den Verbrauch von meinem 330i reden. Und da habe ich beim Durchschauen, das mache ich einmal auf, das ist voll geil, ich blende das einmal ein für euch. Und dann sieht man hier einmal, meinen Verbrauch mit Super Plus, okay, den kann man vernachlässigen, weil das war eine einzige Tankführung, ich habe nur einmal Super Plus getankt, äh Quatsch, Super. Danach Super Plus, relativ lange 25.000 Kilometer bin ich nur mit Super Plus gefahren. Mein Verbrauch lag bei 12,26 Litern auf 100 Kilometer. Und dann habe ich angepasst, das war hier wahrscheinlich falsch eingetragen, dann habe ich hier angepasst auf Aral Ultimate 102. Und man sieht, der Verbrauch ist hier von 12,26 auf 11,87 gefallen. Das ist 0,4 Liter weniger Verbrauch auf 100 Kilometer, nur dadurch, dass ich kein Super Plus mehr tanke, sondern Aral Ultimate. Gut, nur dadurch kann ich jetzt nicht sagen, aber das Mikrokeramik war in Einsatz schon zu dem Zeitpunkt und von daher, das ist schon echt erheblich, was nur der bessere Kraftstoff ausmacht und man kann den Kraftstoff noch besser machen, die Norm erhöhen für die Motoren generell und dadurch auch wieder den CO2-Ausstoß reduzieren. Also nicht nur das Öl ist der Stellwert, sondern auch die Qualität des Kraftstoffs, wo die Technik auch da ist, das besser zu machen. Bloß, warum soll man Kraftstoff besser machen, als die DIN-Norm vorsieht? Also man müsste die DIN-Norm erheben, aber naja, das ist auch eine Möglichkeit, um nochmal Kraftstoff zu sparen, ohne Verschleißerhöhungen mit in den Motor einzubauen. Das ist auch eine Möglichkeit, an die man auch denken könnte. So, zurück zum Video. Oder wenn dann nur ganz am Anfang der Flüssigkeitsreibung, wo die Trennung nicht wirklich groß ist. Okay, aber wenn man jetzt, also ich stelle mir gerade vor, okay, ich bin jetzt irgendein Motorenhersteller und ich habe jetzt meinen fertig entwickelten Motor, plötzlich bin ich gezwungen, sagen wir mal, eine niedrigere Viskosität einzusetzen, weil ja dadurch die Effizienz auch irgendwie erhöht wird. Was müsste ich dann eigentlich tun aus Ölsicht, dass ich sage, ich erfülle trotzdem noch die ganzen Anforderungen in Bezug zu Verschleiß? Ja, man könnte anfangen und sagen, gut, der Motor läuft dann in einem anderen Reibungs- und Verschleißregime, also mit mehr Verschleiß und geringerer Reibung. Den Verschleiß kann ich vielleicht kompensieren, indem ich bestimmte additive zusätze, die mehr Verschleißschutz bieten, also die die Reibungsoberflächen verändern und dadurch weniger Verschleiß erzeugen. Vielleicht nur als ganz... Das ist ein Friction Modifier, oder? Genau, Friction Modifier zum Beispiel, die meistens... Wie zum Beispiel Wagner Mikrokeramik. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Irgendwie damit wirken, dass sie sich auf der Oberfläche anhaften, ansiedeln und nur noch gegeneinander reiben. Aber er hat soeben beschrieben, wie das Wagner Mikrokeramik funktioniert. Das lagert sich ein im Motor, baut dann, sage ich mal, so Kugellage, die aufeinander rollen und dann ist das Material nicht mehr, was abgetragen wird, sondern das Keramik auf Keramik reibt und dadurch hat man auch geringeren Verschleiß in den Spitzen oder in den Leistungsspitzen, die man abruft. Auch sehr interessant. Aber das würde man tun, dass man halt sagt, okay, dann ändern wir den Friction Modifier, dann ändern wir die Anti-Ware, also die Verschleißschutzadditiv, geht auch meistens damit einher. Also wenn das passiert, Fahrzeug XY hatte im First Fill 5W30 und wird jetzt umgestellt im laufenden Betrieb auf 5W20, was durchaus schon vorgekommen ist, dann wird sich auch die Additivierung des Öls ändern. Also dann ändert man nicht nur einfach die Viskosität, sondern es gibt halt eine andere Additivierung, die dem Rechnung trägt, dass der Verschleiß höher sein kann. Also das ganze Öl muss komplett neu konzipiert werden, sodass der Verschleißschutz wieder gegeben ist, weil die Viskosität halt heruntergesetzt worden ist. Weil der Motor, wie der am Anfang sagt, nicht darauf konzipiert worden ist. Also man hat dann halt nicht mal das Match, sondern ein Mismatch und dann muss man das Öl wieder aufwerten, um versuchen, das wieder halt zusammenzukriegen, sodass man dann halt wieder eine Verschleißreduktion erreicht, die aber dann halt aufgrund der Additive dann läuft. Gegenläufig natürlich, wenn natürlich jetzt der Intervall, was ja auch sehr wichtig ist, wieder nach oben gesetzt wird. Also die Tendenz geht ja auch 30.000 und am besten der Fuhrparkleiter möchte 100.000 Intervalle haben, da er einfach keine Arbeit mehr in dem Auto haben will. Dann ist natürlich da wieder das nächste Problem, die Additive, die verbrauchen sich natürlich auch mehr der Zeit. Durch Temperatur, immer warm und kalt und so weiter, bauen die Additive sich ab. Einmal die, die Schmutzpartikel tragen, die Additive, die aber auch für den Verschleißschutz und so weiter sind, dass es nicht aufschäumt und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich auch das Problem wiederum, dass wenn die sich mehr und mehr verbrauchen und die Intervalle immer länger gezogen wird, dass natürlich das Mismatch, was ich eben angesprochen hätte, immer größer wird und der Verschleiß wieder zunimmt und dann, ja, der Motor wahrscheinlich auch schneller an die Fritten geht oder gehen kann, sagen wir mal so vorsichtig formuliert. Ja, eine Frage, die sich halt immer stellt ist, wenn man zum Beispiel einen Anwendungsfall hat, wo ich verschiedene Viskositäten verwenden dürfte, ich kann von 0,30 bis 0,40 eigentlich alles verwenden. Besonders beim Gebrauchtwagen mit vielen Kilometern, nimmt man auf jeden Fall die höchstmögliche Viskosität, die freigegeben ist. Es bringt sich nichts, das Dünnere zu nehmen, außer man möchte wirklich die paar Prozent der Fuel Economy haben, aber es wäre empfehlenswert, die dickere zu nehmen. Wie siehst du das? Bei Motoren mit hoher Laufleistung und vielleicht einem etwas sportlicheren Fahrverhalten und wenn man die Möglichkeit hat, von 5W30, 0W30 auf 0W40 oder 5W40 zu gehen, finde ich das auf jeden Fall legitim. Bei sportlichem Fahrverhalten würde ich das sogar empfehlen, zu sagen, okay, dann nimm innerhalb der Freigabe die höhere Viskosität. Ja, würde ich auch genauso machen. Das heißt, wenn man sportlich unterwegs ist mit dem Auto, dass man halt für den Verschleißschutz sorgt und eine Viskosität nimmt, die natürlich nicht die perfekte Fuel Economy hat, das heißt, dass der Spritverbrauch leicht höher ist im neuen Verbrauch, aber dass man halt die Reserven hat, um den Verschleißschutz zu haben und einfach dem Motiv bestmöglichen Verschleißschutz zu geben. Ja, würde ich auch so machen, auf jeden Fall. Wenn man relativ normal fährt, also Mutti, oder selten, vielleicht nicht unbedingt den Bleifuß hat, dann kann man auch locker beim 5W30 bleiben oder beim 0W30 bleiben. Das sollte genauso schützen. Das ist aber genau der Punkt jetzt. Das 5W30 und das 5W40 klingt eigentlich jedes Mal gar nicht so unterschiedlich, aber man hat natürlich verschiedene Viskositätsstufen und man hat natürlich auch noch in den Abstufungen 5W40 und 5W30 hat man auch nochmal einen Toleranzbereich. Also es gibt dünne 5W30, dicke 5W30, dünne 5W40, dicke 5W40. Und da sind natürlich für jeden Hersteller andere Variationen drin, andere Bereiche, die sie halt abdecken, wo sie sich halt in dem Bereich eingliedern und demzufolge auch natürlich das Additivpaket, wie das Ganze ausgesieht. Und wenn natürlich Mutti mit einem 5W30 durch die Gegend fährt, die fährt nicht so sportlich wie jemand, der gerne mal auf der Autobahn fährt oder gerne mal durchbeschleunigt und gerne mal einen schweren Gasfuß hat. Deswegen ist es in dem Fall auch wichtiger, ein dickeres Öl zu nehmen, weil das einfach viel mehr Reserven mit sich bringt und die Fuel Economy-Geschichte ist halt sehr wichtig, um Kraftstoff zu sparen, aber hat immer einen Negativpunkt und zwar den Verschleißschutz, der immer etwas niedriger sein wird als von einem höheren Viskosenöl. So sehe ich das, so deute ich das, weil warum nimmt er denn kein 5W30, um damit richtig zu ballern? Das ist jetzt eine Frage, die sich in mir stellt, denn ich schließe daraus, dass natürlich das 5W40 dann mehr Reserven mit sich bringt, gerade wie auch in der Kurve erklärt hat, dass da einfach der Bereich eher unten und oben ist und demzufolge dann auch der Verschleißschutz besser ist, aber die Flüssigkeitsreibung auch höher ist. Und deswegen hat man halt mehr Schrittverbrauch, aber besser im Verschleißschutz. Ja, da würde es mich interessieren, wie es bei euch ausschaut. Würdet ihr dann eher auf das dünnere Öl gehen, um einfach noch das extra rauszuholen an Verbrauch einzusparen, also Fuel Economy zu haben? Oder würdet ihr dann lieber sagen, ich gehe einfach auf das Maximum der Viskosität, also in meinem Fall, das ist die BMW LL01 oder LL04, dass man das 5W40 fährt? Schreibt das unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren, wie da die Aufteilung ist. Da gebe ich dir auch mal meine Antwort. Also ich würde auf jeden Fall das Hochviskoseöl nehmen, das 5W40 mit der LL01 Freigabe und nicht die LL04 Freigabe, weil bei meinem Motor, beim N52 war das LL01, die Freigabe, die benötigt worden ist und nicht das LL04. Das heißt, das LL01 und das N52, so, die hier sind Bruder. Das heißt, daran würde ich mich halten. Wenn man dann Richtung Verschleißschutz gehen möchte und Kraftstoffersparendes, würde ich auf jeden Fall einen besseren Kraftstoff tanken, wie ich das auch eben im Video erklärt habe und auch zusätzlich das Wagner Mikrokeramik einsetzen. Das Wagner Mikrokeramik wirkt einfach als Friction Modifier, das heißt, die Reibung wird reduziert, durch die reduzierte Reibung wird auch der Kraftstoffverbrauch reduziert. Was ich festgestellt habe, ist durch den Einsatz von dem Wagner Mikrokeramik hat sich mein Verbrauch um ungefähr 0,6 Liter verringert. Das ist am besten auf Langstrecken festzustellen. Ich bin mit meinem Auto auch immer wieder mal auf der Nordschleife. Wenn ich da mal hinfahre, dann habe ich eine gleiche Tour hin und zurück und fahre das mit Tempomat. Das habe ich ein paar Mal gemacht und da hat man wirklich gesehen, dass ein Unterschied war auf die ganze Tour. Ich habe auch ein Video auf YouTube drüber gemacht, das ist ungefähr 0,6 Liter weniger verbraucht, nur durch das Additiv. Das heißt, ich habe trotzdem einen höheren Verschleißschutz und habe eine Verbrauchsreduktion. Ich habe beides in einem und muss nicht auf ein Öl gehen, was mir nur die Verbrauchsreduktion ermöglicht, aber auf Kosten des Verschleißschutzes. Deswegen ist das halt meine Wahl und das ist auch auf jeden Fall Verschleißschutz ist mir sehr wichtig, deswegen nutze ich das auch und deswegen würde ich auch auf ein höhere viskoses Öl gehen. Man kann tatsächlich auch im N52 ein 5W40 fahren und ein 10W60 glaube ich auch. Da gibt es von Champions 1, das hat sogar auch die Freigabe. Aber das würde ich jetzt nicht im Alltag benutzen, sondern wenn ich halt mein Auto auf der Rennstrecke benutzen würde und zwar regelmäßig, nicht nur mal so eine Freizeitfahrt, wie ich das bisher mache. Aber sonst 5W40 für den Motor ist ideal. Um jetzt langsam wieder zur Anfangsfrage zu kommen, den Kreis zu schließen mit der Viskosität und dem Schutz, kommt ja auch häufig das Beispiel, dass ich jetzt einen Motor habe, der weit aus der Garantie draußen ist. Würde es vielleicht sogar Sinn ergeben, aus der Freigabe hinaus zu gehen? Also aus der Freigabe hinaus würde ich tatsächlich nur gehen, wenn das Garantiethema wirklich abgegessen ist, das sowieso. Da ist BMW sehr empfindlich und zwar, wenn du mit deinem BMW-Motor ein Öl benutzt in der Garantie, was nicht freigegeben ist, dann ist die komplette Garantie gestrichen. Deswegen würde ich bei einem BMW-Motor, der noch in der Garantie ist, immer darauf achten, die Freigaben einzuhalten. Wenn das Ganze abgelaufen ist, kannst du auch auf Empfehlungen umsteigen. Aber was auch möglich ist, so kannst du natürlich auch Öle verwenden, die anderen Spezifikationen entsprechen, also die ASEA-Spezifikationen, die es ja auch gibt in dem Öl. Oder du kannst auch in den Spezifikationen andere Freigaben verwenden, wie zum Beispiel das 98er von BMW und so weiter. Da gibt es auch Möglichkeiten. Man muss aber dabei beachten, dass natürlich die Intervalle, die auf die Öle sind, dann ganz anders sind. Das heißt, ich würde das dann auch nicht 15.000 Kilometer fahren, sondern halt einen wesentlich kürzeren Intervall, wenn man sowas macht. Aber kannst machen, der Motor fliegt dir nicht direkt um die Ohren, aber die Intervalle und die Abtestung in dem Rahmen, wie es ursprünglich mal gedacht war, ist halt so nicht mehr möglich. Heißt, 30.000 Intervallen mit so einem Öl würde ich halt nicht fahren. Wenn es vielleicht mit einem Standardöl so abgetestet und freigegeben worden ist, würde ich das mit einem nicht freigegebenen Öl nicht machen. Aber einsetzen kann man sie für spezielle Zwecke schon. Ich würde es aber eigentlich in der Regel nicht machen, außer man ist im Rennstreckenbetrieb und man wechselt eh sein Öl nach einem Wochenende oder nach x Runden auf der Nordschleife oder so. Und dann kann man halt Öle fahren, die halt nicht in der Freigabe drin sind. Aber die Spezifikationen der ACR und sowas auch mit einhalten, das kann man da machen. Das ist dann halt eine Möglichkeit. Bin ich aber auch kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich achte selber auf die Freigaben auch und würde gucken, dass ich ein Öl mit einer Viskosität nehme, was dennoch eine Freigabe hat, aber die Viskosität deutlich höher nehme, als ich eigentlich kann. Wie zum Beispiel das 10W40 von Champion, was es zum Beispiel gibt für den N52. Sollte auch ganz gut funktionieren. Es gibt auch von Redline welche und sowas. Da kann man auch in der Viskosität nach oben gehen, auch wenn sie die Freigabe nicht direkt haben oder nur eine Empfehlung haben, aber die eigentlich in dem Rahmen mit drin sind. Das geht schon. Und dann auch nur, wenn ich mich innerhalb des gleichen, ich sag mal, in der gleichen Kategorie bewege, also aus der Freigabe raus, würde das denn ja bedeuten, in diesen Suitable for Use, Praxis bewährt und erprobt. Wenn ich dort in dem Bereich bleibe, wo das Öl grundsätzlich für die Maschine geeignet ist, ja und bei 500.000 Kilometern oder Einsatz auf der Rennstrecke tendenziell eine Heißviskosität höher, also Kaltviskosität höher macht wenig Sinn. Für den Einsatz Rennstrecke dann 10W50. Oder 10W60 geht auch tatsächlich mit L01-Fregabe. Gibt es von Champion und Öl das Pro Racing M, das hat eine L01-Fregabe. Das wäre dann sogar, was ich wählen würde für die Rennstrecke, wenn ich exklusiv Rennstrecke-mäßig unterwegs wäre. Was man aber beachten muss, ist, wenn man trotzdem mit der Winterviskosität, also von 5W auf 10W hochgeht, dass sich trotzdem der Temperaturbereich des gesamten Öls, was ja auch ein Spektrum ist, sich trotzdem verschiebt. Das heißt, wenn du ein, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch kein 0W60 oder sowas, sondern das ist halt ein viel weiterer Spagat, den man machen muss, als ein 5W40, 5W50 wird der Spagat zur Sommer zur Heißviskosität größer und dann gibt es dann aber dann das Nächste dann halt das 10W40 gibt es, 10W50, 10W60 gibt es auch und dann merkt man immer, dass der Spagat, also die Winterviskosität und die Sommerviskosität, die Heißviskosität ändert sich und demzufolge hat man aber auch immer in diesem Bereich Überschneidungen und Idealbereiche und so weiter. Das heißt, weil es halt Mehrbereichsöle sind. Das wollte ich nur einmal mal gesagt haben. Also im Winter würde ich das nicht fahren, 10W40, das Auto draußen stehen lassen bei 10 Grad und dann anmachen. Da ist auf jeden Fall der Verschleiß wesentlich höher beim Starten als wenn der zum Beispiel in der warmen Garage ist und so weiter und so fort. Also das macht schon Sinn. 10W60 kann man nehmen, weil es wie gesagt eine LN01 Freigabe hat. Für den N52 funktioniert das, aber auch auf einen speziellen Zweck abgestimmt und nur dann auch in den Momenten, wenn es auch funktioniert. Also im Winter draußen parken als Daily würde ich auch nicht machen. Weil ja auch die Kühlung ja eine wichtige Rolle spielt, besonders wenn man dann diese langen Autobahn Vollgasfahrten hat oder so, das ist ja thermisch extrem. Hat die Viskosität irgendwie einen Zusammenhang mit der Kühlung an sich? Also rein die Viskosität hat auf die Kühleigenschaften oder den Wärmetransport erstmal keinen direkten Einfluss. Einen indirekten vielleicht über die Fließgeschwindigkeit, also den Volumenstrom innerhalb des Ölkreislaufs. Aber so von der Wärmekapazität, von der Leitfähigkeit her ist es im Grunde Mineralöl oder synthetisches Öl. Die nehmen sich da auch nicht viel in der Wärmeleitung. Da sind jetzt keine signifikanten Unterschiede von, also zumindest nicht in der Viskosität. Also das macht wenig Unterschied. Also der Unterschied liegt woanders. Also ich konnte feststellen, als ich umgeölt habe von 0W40 auf 5W40, dass auch die Motorölanzeige auch weniger Temperatur angezeigt hat, als ich sportlich unterwegs war oder halt auf der Nordschleife gefahren bin. Da habe ich eine Reduktion von 5 bis 7 Grad tatsächlich festgestellt durch nur den Wechsel von 0W40 auf 5W40. Das bedeutet aber wiederum, so wie er sagt, dass diese Leitfähigkeit des Öls jetzt nicht dafür verantwortlich ist. Aber der Verschleiß bzw. der verringerte Verschleiß würde ich jetzt mal sagen. Denn irgendwo muss die Temperaturreduktion ja herkommen und dass das Umölen wahrscheinlich dann zu besserem Verschleißschutz geführt hat, was wiederum zu einer niedrigen Öltemperatur geführt hat. Das ist jetzt mal so meine Vermutung oder meine Erklärung dafür, weil es ist bei mir tatsächlich eingetreten und ich kenne es bei vielen aus dem Rennsport, dass sie auch eine Temperaturreduktion durch ein anderes Öl, durch eine andere Viskosität feststellen können. Natürlich kann man auch mit separaten Ölkühlern und sowas noch arbeiten. Klar, das ist natürlich das A und O, wenn es zu warm wird. Aber das wäre jetzt meine Erklärung, weil ich habe es festgestellt, dass wie gesagt, das Öl bei mir ist unter Volllast kälter geworden, nachdem ich umgeölt habe auf dem 5W40 von 0W40. Und natürlich auch das Wagner Mikrokeramik hat auch dazu beigetragen, bei mir ungefähr 3 Grad noch zu reduzieren, 3 bis 5 Grad waren es ungefähr, weil auch der Verschleiß wieder reduziert worden ist, die Reibung wird reduziert. Ihr kennt das ja, wenn ihr so macht, wird es warm. Und wenn ihr ein bisschen weniger drückt, dann wird es nicht ganz so warm, wenn ihr mehr Druck ausübt bei der gleichen Bewegung. Also da ist meine Erklärung drin. Das ist, denke ich mal, schon plausibel, dass es doch etwas damit zu tun hat. Aber nicht, wie gesagt, mit der Ölreibung, wie ihr es eben genannt habt, die nicht. Das heißt, die Wärmekapazität von den verschiedenen Viskositäten ist eigentlich gleich, also wie viel Energie man aufnehmen kann. Die Temperaturgeschichte mit der Viskosität hat eigentlich miteinander wenig zu tun. Genau. Und jetzt die abschließende Frage, eben wegen dünnerer Öle und Schutz, weil ich ja letztens auch ein bisschen das verfolgt habe, das ist ein ziemlich interessanter, ziemlich interessanter Antrieb von Toyota, die GR-Serie, also das Gazoo Racing mit dem Yaris und da ist ja letztens auch der Corolla rausgekommen. Die sind echt heftig, die Dinger. Ich glaube, eineinhalb Liter, drei Zylinder, Turbo aufgeladen auf, ich glaube, die höchste Stufe sind knapp über 300 PS. Ja, Mörder, Zylinderleistung eigentlich. Und das Öl, was da eingefüllt wird, ist ein 0,20. Kann man das dann noch vereinen? Ist da der Schutz dann noch da? Ja, wurde ja dafür konzipiert, würde ich mal sagen, funktioniert schon. Die Frage, die ich stellen würde in dem Moment, wäre, für wie viel Laufleistung der Motor tatsächlich konzipiert worden ist. Erstens mit der hohen Literleistung und natürlich auch mit dem verbrauchseffizienten Öl. Also, wie lange hat Toyota davor gesehen, dass der Motor läuft? Ich habe die Dinger auf der Nordschlappe gesehen, die gehen höllisch ab, die sind echt schnell und sind krass die Dinger. Ich gehe davon aus, weil sonst würde das nicht gemacht werden. Da ist man ja quasi nachher an dem Top-Tier, an dem obersten Ende von Engineering-Kunst, was man sich vorstellen kann, wo man aus dem kleinstmöglichen Hubraum das größtmögliche irgendwie rauspressen will. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Diese Motoren sind nicht wie alte Diesel für 500.000 Kilometer ausgelegt. Also nur als Gedankengang vielleicht. Die haben einen anderen Zweck und eine andere Einordnung. Nichtsdestotrotz für die Lebensdauer, die diese Motoren halten sollen, passt das. Genau das ist das, was ich meine. Für die Lebensdauer, wie sie halten sollen, ist das funktional. Das funktioniert. Oder wahrscheinlich auch darüber hinaus, wird die Motorentwicklung und das Schmierstoffsystem zueinander passen. Auf jeden Fall. Abschließend kann man sagen, dieser Druckschluss höhere Viskosität ist gleich höherer Schutz, kann man jetzt nicht direkt sagen, weil es ja eigentlich größtenteils auf die Konstruktion, auf das gesamte Ölsystem ankommt, auf die Materialien und auf die Dimensionierung und aber auch auf Ölseite auf die Additivierung. Aber es macht durchaus einen Faktor, die Viskosität zu wählen, wenn man jetzt sagt, man hat ein breiteres Spektrum, das man wählen kann und man fährt vielleicht in einen Bereich, wo man mehr Belastung hat oder vielleicht der Kilometerstand oder was weiß ich, der Anwendungsfall vielleicht ein dickeres Öl legitimiert. Wie gesagt, der Rennsport-Einsatz, Rennstrecke, auch hobbymäßig am Wochenende oder sowas, würde für mich legitimieren, dass ich sage, okay, über Garantie brauche ich mir eh keine Sorgen machen, wenn ich das Ding auf der Rennstrecke prügele, dann kann ich auch ein anderes Öl fahren und ein höher Viskosis macht halt Sinn bei Rennstreckeneinsatz. Ja, hat er gut zusammengefasst. Also die Viskosität Frage ist mit dem Verschleißschutz, ja, warum im Rennsport möchte er denn auch tatsächlich eher immer hoch Viskos unterwegs sein, wenn der Verschleißschutz doch über identisch wäre, wäre das doch gar nicht nötig. Da stehe ich mir so einen Raum. Ich denke, die Tendenz ist tatsächlich so, eine höhere Viskosität, wenn man sie fahren kann, ist schon sinnvoll, solange halt dieses System, was er am Anfang gesagt hatte, zusammenpasst. Das heißt, Motor und Öl müssen abgestimmt sein, das muss alles in einem Bereich sein, dann kann man auch in dem Bereich mit der höheren Viskosität auf der sicheren Seite unterwegs sein und man hat guten Verschleißschutz, kühleren Motor und natürlich dann auch ein System, was so funktioniert. Was dann aber schwierig wäre, wäre dann genau der Misch, dieses System zu durchbrechen, wenn auf einmal jetzt eine neue Auflage kommt, zum Beispiel für den N52, dass sie jetzt alle 0W20 fahren sollen, weil das jetzt besser ist oder so. Das ist ein alter Mode, der wurde 2004 kam da auf Markt, das heißt, der wurde damals entwickelt. Dementsprechend sollte auch das Öl auf die damalige Zeit und auf die Komponenten und auf die Abstände abgestimmt sein und nicht irgendwie ein modernes sonst was Hightech-Öl da reinhauen, was 0W20 aber überadditiviert ist oder ganz anders konzipiert ist, dann funktioniert das Ganze halt nicht. Deswegen würde ich immer sagen 5W40 für den N52, 53, 54, 55, B58 und so für die ganzen Motoren. Überall kann man es reinpacken, wo LL01, LL04 kann man überall machen. Das ist ein super funktionierendes Öl. Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, die ihr da gestellt und das würde ich mal euch so in die Hand geben. So würde ich mich verhalten. Ja, das Video ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal so ein Reaction-Video gemacht habe. Ich werde mal das Wichtigste zusammenschneiden, dass wir hier einen Zusammenschnitt haben, der auch guckbar ist, weil ich glaube, wir sind jetzt hier über eine Stunde dabei. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen, dass ich ein paar Eindrücke und mein Wissen auch mal ein bisschen mit einfließen lassen konnte und ich hoffe, das hat dir auch geholfen, so ein bisschen Klarheit zu bringen, einmal mit den Spezialisten und mit dem guten Interview, was wir hier gesehen haben, aber auch ein bisschen den Input, den ich dazu geben konnte. Natürlich auch das Ganze ein bisschen kritisch betrachtet mit der ganzen Fuel-Efficiency-Geschichte, also nur Spritsparen ist nicht das A und O. Natürlich hat es immer irgendwelche Nachteile, wenn man an der einen Seite stellt, stellt man auch woanders mit. Das heißt, man muss gucken, dass es irgendwie im Gleichgewicht bleibt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert, wie ihr das seht. Wollt ihr lieber Sprit sparen oder Verschleischschutz? Ich stelle es mal direkt so kontrovers gegenüber. Ja, also, was ist euch wichtiger? Wollt ihr lieber ein bisschen mehr Sprit sparen oder ein bisschen mehr das Öl, was besser geeignet ist oder gut geeignet ist, aber nehmt den Mehrverbrauch dann in Kauf. Das würde mich mal interessieren. Kommentiert mal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn. Ciao.